Die sieben Zirnschalen Hier wird nun erneut deutlich, dass die Offenbarung nicht chronologisch, sondern zyklisch aufgebaut ist, denn die erste Schale erwähnt das Mahlzeichen des Tiers, das erst in der 70. Jahrwoche kommen wird. Die Schalengerichte beginnen also nicht am Beginn der Weltgeschichte, wie dies die sieben Siegelgerichte tun. Sie zeichnet auch nicht die Geschichte Israels, von dessen Verwerfung bis in die Endzeit, wie in den sieben Posaunen, sondern sie befasst sich allein mit den Ereignissen in der 70. Jahrwoche und wahrscheinlich sogar nur mit Ereignissen in dessen zweiter Hälfte. Und ich hörte eine große Stimme aus dem Tempel, die sprach zu den sieben Engeln, Gehet hin und gieße die Schalen des Zorns Gottes auf die Erde. Und der erste ging hin und goss seine Schale aus auf die Erde. Und es ward eine böse und arge Drüse an den Menschen, die das Mahlzeichen des Tiers hatten und die sein Bild anbeteten. Und der andere Engel goss aus seine Schale ins Meer, und es ward Blut wie eines Toten, und alle lebendigen Seelen starben in dem Meer. Und der dritte Engel goss aus seine Schale in die Wasserströme und in die Wasserbrunnen, und es ward Blut. Und ich hörte den Engel der Wasser sagen, Herr, du bist gerecht, der da ist und der da war, und heilig, dass du solches geurteilt hast. Denn sie haben das Blut der Heiligen und Propheten vergossen, und Blut hast du ihnen zu trinken gegeben, denn sie sind's wert. Und ich hörte einen anderen Engel aus dem Altar sagen, Ja, Herr allmächtiger Gott, deine Gerichte sind wahrhaftig und gerecht. Und der vierte Engel goss aus seine Schale in die Sonne, und ihm ward gegeben, den Menschen heiß zu machen mit Feuer. Und den Menschen ward heiß vor großer Hitze, und sie lästerten den Namen Gottes, der Macht hat über diese Plagen, und taten nicht Buße, ihm die Ehre zu geben. Und der fünfte Engel goss aus seine Schale auf den Stuhl des Tiers, und sein Reich ward verfinstert, und sie zerbissen ihre Zungen vor Schmerzen und lästerten Gott im Himmel vor ihren Schmerzen und vor ihren Drüsen und taten nicht Buße für ihre Werke. Und der sechste Engel goss aus seine Schale auf den großen Wasserstrom Euphrat, und das Wasser vertrocknete, auf das bereitet würde der Weg dem Königen vom Aufgang der Sonne. Und ich sah aus dem Mund des Drachen und aus dem Munde des Tiers und aus dem Munde des falschen Propheten drei unreine Geister gehen gleich den Fröschen. Denn es sind Geister der Teufel, die tun Zeichen und gehen aus zu den Königen auf dem ganzen Kreis der Welt, sie zu versammeln in den Streit auf jenen Tag Gottes des Allmächtigen. Siehe, ich komme wie ein Dieb, selig ist, der da wacht und hält seine Kleider, dass er nicht bloß wandle und man nicht seine Schande sehe. Und er hat sie versammelt an einen Ort, der da heißt auf Hebräisch Hamageddon. Und der siebente Engel goss aus seine Schale in die Luft, und es ging aus, eine Stimme vom Himmel aus dem Stuhl, die sprach, es ist geschehen. Und es wurden Stimmen und Donner und Blitze, und ward ein solches Erdbeben, wie solches nicht gewesen ist, seit Menschen auf Erden gewesen sind, solch Erdbeben also groß. Und aus der großen Stadt wurden drei Teile, und die Städte der Heiden fielen. Und Babylon der Großen ward gedacht vor Gott, ihr zu geben den Kelch des Weines von seinem grimmigen Zorn. Und alle Inseln entflohen, und keine Berge wurden gefunden, und ein großer Hagel wie ein Zentner fiel vom Himmel auf die Menschen. Und die Menschen lästerten Gott über die Plage des Hagels, denn seine Plage war sehr groß. Um einen ersten Zugang zum Text zu finden, sei darauf verwiesen, dass in den sieben Zornschalen, zum zweiten Mal überhaupt in der Offenbarung, der Euphrat erwähnt wird. Bei den Königen vom Aufgang der Sonne handelt es sich um das neoassirische Großreich. Diesen Königen vom Aufgang der Sonne, also vom Osten, vom Euphrat, wird der Weg bereitet. Sie machen sich auf, um gegen das Reich des Antichristen zu kämpfen und so ihren Machtbereich zu erweitern. Damit hätten wir eine erste grobe zeitliche Einordnung dessen, wovon die sieben Zornschalen sprechen. Die ersten fünf Zornschalen berichten von schrecklichen Plagen, die über die Menschen kommen, die das Mahlzeichen des Tieres angenommen hatten. Auch das ist ein Hinweis darauf, dass die Zornschalen sich nur noch auf die Ereignisse innerhalb der 70. Jahrwoche konzentrieren. Die sechste Schale handelt davon, dass aus dem Mund des Drachen und aus dem Mund des Tieres und aus dem Mund des falschen Propheten drei unreine Geister gehen gleich den Fröschen. Denn es sind Geister der Teufel, die Zeichen tun und zu den Königen auf dem ganzen Kreis der Welt gehen. Er versammelt sie in den Streit an einem Ort, der Hamageddon heißt. Übersetzt bedeutet das, dass der Antichrist alle Könige, die nach seinem erfolgreichen Afrika-Feldzug unter seiner Herrschaft sind, nach Hamageddon zusammenzieht, um dort gegen Neo-Assyrien zu kämpfen. Dies geschieht mit okkulten Mitteln, denn es sind Geister der Teufel, die die Könige für den Antichristen und seine Schlacht in Hamageddon gegen Neo-Assyrien versammeln. Auch hieraus können wir vor dem Hintergrund dessen, was wir oben festgestellt haben, eine zeitliche Einordnung wagen. Es handelt sich um das Ende der 70. Jahrwoche. Das muss aber noch vor dem Tag 1290 in der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche sein, denn der Kampf beginnt ja erst. Und erst gegen Ende des Kampfes, am 1290. Tag, geschieht die Auferstehung der beiden Zeugen. Die siebte Zornschale schließlich wird in die Luft ausgegossen, und es ging eine Stimme vom Himmel aus dem Thron, die sprach, es ist geschehen. Denn nun greift Gott selbst ein. Es geschehen Stimmen und Donner und Blitze und ein Erdbeben, wie es niemals gewesen ist, seit Menschen auf Erden gewesen sind, so groß. Und die große Stadt zerbricht in drei Teile, die Städte der Heiden fallen, und der großen Hure Babylon wird der Kelch des Weins des grimmigen Zorns Gottes gegeben. Nun erst beginnt der Zorn Gottes über die Gottlosigkeit und die Sünde der Hure Babylon. Paulus sagt, dass wir nicht zum Zorn gesetzt sind. Das sehen wir an diesen Versen jetzt auch, denn bevor dieser Zorn Gottes losbricht, ist die Entrückung bereits geschehen, wenn auch sehr viel später als allgemein angenommen. Es ist wichtig, die große Trübsal vom Zorn Gottes zu unterscheiden. Die große Trübsal geht dem Zorngericht Gottes voraus. Das wird oftmals nicht ordentlich unterschieden. Insbesondere Vertreter der Vorentrückungslehre sagen, dass wir nicht zum Zorn Gottes bestimmt sind und deswegen nicht in die Trübsal müssten. Aber die Trübsal wird nicht vom Zorn Gottes verursacht, sondern das geschieht vom Antichristen und seinem falschen Propheten. Erst nach dieser trübselig und okkult gottlosen Zeit folgt das Zorngericht Gottes über die Hure Babylon, den Antichrist und seinen falschen Propheten und die Völker. Aber da wird die Entrückung schon geschehen sein. Es ist das, was die Bibel uns mitteilt und auch das muss sauber voneinander unterschieden werden. Danach werden alle Inseln entfliehen und keine Berge mehr gefunden werden, denn Gott kommt und es gibt nur noch einen Berg, den Berg Zion. Ein großer Hagel fällt auf die Menschen, denn Christus kommt und kämpft vom Himmel herab gegen den Antichristen. Dann kommt das große Endgericht und die Aufrichtung des tausendjährigen Reiches. So in aller Kürze. Alle Prophetien, die wir in der Endzeit finden, nehmen ihren Beginn und ihre Vorhersage bereits im Alten Testament. Das ist für die Auslegung endzeitlicher Texte sehr, sehr wichtig, denn es bewahrt davor, für die Endzeit Vermutungen anzustellen, die das Alte und das Neue Testament nicht kennen und die daher nicht belegbar und somit unzulässig sind. Das gilt auch und insbesondere für die Romtheorie, die in die Bibel hineingetragen wurde, weil man lediglich Daniel gelesen, aber den Rest des Alten Testamentes, wie zum Beispiel Jesaja oder Joel, außer Acht gelassen hat und noch nichts von der Wiedergeburt Jerusalems und der wahren Bedeutung des Standbildes wusste. Umgekehrt ist die Sichtweise, die hier vertreten wird, eine, die versucht, sich geradezu sklavisch an die Vorgaben des Alten und des Neuen Testaments zu halten, deren Linien fortzuentwickeln und deren Zusammenhang zu neutestamentlichen Texten herzustellen. Dabei ist Daniel eigentlich einer der jüngsten Texte, der uns für unsere Auslegung der Zukunft Israels und der Prophetie zur Verfügung steht, wie oben deutlich wurde. Weil der Bezug zum Alten Testament hier nicht vernachlässigt werden soll, sondern als äußerst wichtiger erachtet wird, entsteht ein sehr homogenes Bild, das seinen Ausgang bereits in 4. Mose nimmt und über Jesaja, Joel, Misha und weiteren Texten bis zu Daniel führt und von dort aus in die Evangelien zu den Endzeitreden Jesu und schließlich in den Texten der Offenbarung endet. Damit behaupte ich für die Endzeitentwicklung in Gottes Heilsgeschichte gar nichts Neues, sondern lediglich das, was ohnehin schon im Alten Testament, also im Wort Gottes, geschrieben steht. Ich ziehe lediglich auf eine neue und biblisch begründete Weise die Verbindungslinien zwischen den einschlägigen Stellen des Alten Testaments zu den Aussagen des Neuen Testaments. Das ist schon alles und meines Erachtens eines der wichtigsten Ergebnisse der vorliegenden Arbeit. Damit sind wir am Ende meines Buches angelangt. Nun bin ich mit meinen Ausführungen selbst auch Ausleger geworden. Ich habe versucht, meine Sichtweise so eng wie möglich an der Bibel zu orientieren und mit ihr allein meine Thesen zu argumentieren und zu begründen. Ohne die Kenntnis der Wiedergeburt Jerusalems und der hier skizzierten Linie des Propheten Daniel sind meines Erachtens keine belastbaren Aussagen über die Zukunft der Heilsgeschichte Gottes möglich. Mit dieser Kenntnis jedoch eröffnet sich eine vollkommen neue Welt. Bisher strittige, weil unverständliche Passagen werden plötzlich verständlich und sind nachvollziehbar zu erklären. Wir haben erstaunliche Dinge gesehen, unerwartete Dinge, große Dinge aus der Prophetie Gottes, Dinge, die wir so vielleicht nicht erwartet haben und die mehr als kompliziert sind nachzudenken. Aber sie sind in Übereinstimmung mit dem Wort. Sie entsprechen in weiten Teilen ganz offensichtlich nicht der heute üblichen und weit verbreiteten Auslegung der Prophetie. Aber allein die Tatsache, dass wir die Wiedergeburt Jerusalems bislang in unseren eschatologischen Überlegungen übersehen haben, zeigt, dass wir prophetische Aussagen der Bibel neu überdenken und mit dem Bibeltext abgleichen müssen. Ob sie so eintreten werden, wie ich sie hier skizziert habe, wird die Zukunft zeigen. Sicherlich müsste das ein oder andere noch ergänzt werden, aber die große Linie steht. Vielleicht gibt es Brüder und Schwestern, die meine Ausführungen ergänzen, konkretisieren und vertiefen können. Hierüber würde ich mich freuen. Zum Schluss sei Christus allein Lob und alle Ehre. Es ist sein Wort, es ist sein Volk, es ist seine Zukunft, an der er uns aus Gnade teilhaben lässt. Was für ein großer Gott, was für ein wertvolles Wort und was für ein schönes Evangelium. Amen. Amen. .